Super Samson, Super Wolle, Super Pferd, die fantastischen Vier, Drei, äh, na gut, Drei. Ein Superheld ist eingefahren, ein Superheld ist sofort da, ein Superheld hilft überall, er rettet ihn, er rettet ihn, in jedem Fall, in jedem Fall, wenn eine Spinne so weit geht ins Netzgerät, ganz aus Versehen, und voller Angst sich da verfängt, und hilflos in dem Netz rumhängen, sie will heraus, doch kann es nicht, halte durch, wir retten dich, für Superheld, kein Problem, da kann man wieder einmal singen, Ein Superheld, ein Superheld, hilf bei Gefahr, hilf bei Gefahr, ein Superheld, ein Superheld, ein Superheld, ein Superheld, jawohl, der Superheld, Genau, hier liegt ein Mensch, es droht Gefahr, das Auto hält ihn fest, na klar, wir helfen dir, hat er es gehört, das ist ein Fall für Superpferd, Hab keine Angst, wir retten dich, was hat er denn da im Gesicht, das ist ganz schwarz, da wo er kommt, das Auto hat ihn angespuckt, ich hib ihn auf, dann kann er stehen, Da kann man wieder einmal sehen, ein Superheld, ein Superheld, ein Superheld, ein Superheld, ist so verdammt, ein Superheld, ist überall, Ich habe zwei Tage an diesem außergewöhnlichen Netz gesponnen, und ihr Teupel habt es in zwei Sekunden zerrissen, Und ich habe gerade einen Ölwechsel gemacht, und jetzt schaut euch mal die Sauerei an, Das bringt ihr wieder in Ordnung, sofort!